Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Jetzt gehe ich nicht. Ich muss zu Markus. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. Zwei Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemanden getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Und schau her, hier. Warst du das? Vor dem Mord retzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts. Bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei oder sowas? Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Wem hast du sonst noch davon erzählt? Niemandem. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann, umgeben von Hunderten von Kerzen. Und dann dieses Mädchen. Ich muss dir noch was sagen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber seit dem Mord habe ich so eine Art Vorahnung, als sehe ich Dinge, die sich erst noch ereignen. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich ja besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Die meisten Fälle von Besessenheit sind angeblich auf psychische Probleme zurückzuführen. Markus, ich habe kein psychisches Problem. Ich bin nicht verrückt. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Danke. Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich los? Da ist er. Er ist bewusstlos. Schnell. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft geholfen. Sein Herz schlägt nicht mehr. Schnell. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Eins, zwei, drei. 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 Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, zählt nicht jeder. Das Kind, wer sonst tut. Das ist ein Held. Er sprang ohne Zerzöger ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind dann nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quit. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Das war sicher. Das war sicher.